Wieder einmal gibt es eine große Überraschung aus dem Hause Optoma. Wir haben heute bei uns im Test den neuen Optoma UHD51, ein 4K e-Shift Beamer, der preislich bei 1699 Euro liegt und sogar eine Zwischenbildberechnung in 2K und 4K liefert und obendrein auch noch 3D kann. Ob er wirklich hält, was er verspricht, ob er wirklich so gut ist, wie es das Datenblatt vermuten lässt, sehen wir uns im heutigen Video an. Hallo zu den Heimkino Raum Video News, mein Name ist Christian Obermeier. Ja, die Zeiten ändern sich, 4K wird immer besser und vor allen Dingen auch bezahlbarer, gerade im Bereich der Heimkino Projektoren. Und hier wirklich ein Paradebeispiel von Optoma, der neue UHD51 für 1699, ein 4K e-Shift Beamer, der hier wirklich einiges, einiges verspricht. 2400 Ansi-Lumen, also wirklich hell genug, um auch mal in der hellen Umgebung ein Fußballspiel anzuschauen. Wir haben eine volle 4K-Unterstützung mit 18 Gigabit, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Bedeutet, sogar Netflix und Amazon 4K-Content kann mit HDR und mit einer Bildwiederholrate von 50 oder gar 60 Hertz mit so einem Projektor abgespielt werden. Geht zum Beispiel nicht bei einem Epson TW 7300. Also keine Selbstverständlichkeit. Dann ist das Ganze hier noch relativ kompakt gehalten, also vom Gehäuse doch eher von der kleinen Sorte mit einer schönen, weitwinkligen Optik. Man kann also auch relativ nah an die Leinwand rangehen und kriegt trotzdem noch sehr, sehr große Bilder. Projektionsverhältnis ist, meine ich, 1,21 bis 1,59. Und was das Thema Aufstellungsflexibilität betrifft, hat man hier den Projektor mit einem kleinen Lenshift von plus 10% ausgestattet. Den UHD 51 gibt es nur in einer Farbe und zwar in schwarz, so wie wir ihn hier sehen. Vom Gehäusedesign kennt man das Ganze schon zum Beispiel vom UHD 40, also identisches Gehäuse, wenn auch das Innenleben wirklich ein völlig anderes ist. Und hier auf der Oberseite, also das Design an sich, mir gefällt es eigentlich ganz gut, auf der Oberseite haben wir hier noch so eine Riffelung, also matt-schwarze Streifen hier auf dieser hochglänzenden Oberfläche. Ich gehe hier gerade nochmal mit der GoPro nochmal ein bisschen näher ran, dann können wir das hier auch nochmal sehen. Ja, frontseitig haben wir die Optik, das Objektiv, das hier asymmetrisch platziert ist, also nicht in der Mitte, sondern ein bisschen dezentral. Da muss man dann auch aufpassen bei der Installation, denn das Objektiv sollte unbedingt mittig zu Leinwand auf der gegenüberliegenden Seite sein. Rundrum haben wir hier diese Riefen, diese Streifen. Hier kommt die Luft raus, hier ist der Luftauslass auf der anderen Seite und hinten, glaube ich, wird angesaugt. Und auf der Rückseite finden wir die Anschlüsse. Hier ist der Projektor ausgestattet mit einem Netzwerkanschluss zur Steuerung des Projektors. Hier rüber wird nicht gestreamt, hier werden also keine Daten transportiert, sondern hier wird nur gesteuert über Crestron, über RTI oder andere Steuersysteme. Dann gibt es hier noch eine RS-232-Schnittstelle, zwei HDMI-Eingänge, wobei man hier auch sagen darf, dass nun beide HDMI-Eingänge mit HDCP 2.2 ausgestattet sind, also mit dem aktuellen Kopierschutz. Es funktionieren also beide, man muss da nicht mehr darauf achten, wo man sein 4K-Zuspieler ansteckt. VGA-Anschluss ist hier auch noch weiterhin vorhanden, ein 12-Volt-Trigger-Ausgang, um gegebenenfalls eine Leinwand automatisiert auf- und abfahren zu lassen. Audio-In- und Output gibt es hier noch. Der Projektor ist sogar mit einem kleinen Lautsprecher ausgestattet, der ist aber nicht empfehlenswert. Also Klangqualität darf man hier keine große erwarten. Einen USB-Anschluss gibt es hier noch zur Spannungsversorgung mit 1,5 Ampere. Hierüber kann man dann zum Beispiel so einen Google Chromecast oder einen Fire TV-Stick direkt anbinden und spart sich dann entsprechend das Netzteil. Einen optischen Tonausgang gibt es hier auch noch. Ja, und hier oben noch einen kleinen USB-Anschluss, der ist aber nur für Servicezwecke gedacht. Mit der Kunststoffoberfläche muss man wirklich vorsichtig sein. Die ist ziemlich kratzempfindlich, also hier nur ganz weiche Tücher verwenden. Man kann, wenn hier so ein Kratzer mal entstehen sollte, die mit einer Handy-Display-Politur zum Beispiel vorsichtig rauspolieren. Das geht auch. Der Optoma ist natürlich auch für den Deckenbetrieb vorgesehen. Man kann ihn also umgedreht an eine Deckenhalterung hängen, die es natürlich auch bei Heimkino-Raum gibt. Und dazu hat er auf der Geräteunterseite drei kleine, das dürften M4-Gewinde sein, um ihn entsprechend an die Deckenhalterung zu befestigen. Bei der Installation, bei der Aufstellung muss man hier ein paar Dinge beachten. Der Projektor hat einen relativ großen Zoom-Bereich, 2,21 bis 2,59. Ist aber sehr weitwinkelig ausgelegt. Heißt, wir kriegen schöne, große Bildbreiten auf kurze Distanz. Man muss allerdings hier aufpassen, wer eine kleine Leinwand haben möchte und vielleicht einen sehr langen Wohnraum hat und man will den Projektor unbedingt hinter sich irgendwo montieren, ja, da kann es schon ein bisschen kniffliger werden. Wer es genau wissen will, findet unter unten stehenden Link unseren Bildbreitenrechner auf unserer Website. Da kann man dann genau eintragen, wie breit ist meine Leinwand, wo kann der Projektor stehen oder andersrum, wo muss der Projektor stehen, wie groß kann dann meine Leinwand sein. Der Projektor projiziert, wenn er steht, leicht nach oben. Leicht nach oben mit einem Offset von 5%. Das bedeutet, die Bildunterkante fängt auf der gegenüberliegenden Seite 5% der Bildhöhe über der Linsenmitte an. Da geht es also los. Projiziert leicht nach oben, wenn wir ihn umdrehen, an die Decke hängen, dann projiziert er eben leicht nach unten, kommt in der Regel den meisten Nutzern zugute. 5% Offset reicht aber meistens nicht aus und dazu verfügt der Beamer über einen kleinen Lenshift. Der ist, ja, jetzt nicht der allergrößte, aber bei DLP-Projektoren überhaupt ein Lenshift zu finden, ist schon mal relativ untypisch. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man hier noch einen hohen Kontrast erreichen will, einen Lenshift zu integrieren. Das hat Optoma dem Gerät aber spendiert und auch ohne Qualitätsverlust, ohne Kontrasteinbußen und zwar einen Lenshift von plus 10%. Das heißt, über diesen kleinen Regler hier oben kann man das Bild noch weitere 10% der Bildhöhe nach oben schiften, beziehungsweise wenn er eben an der Decke hängt, nach unten schiften. Und so kriegt man eigentlich in allermeisten Fällen das Bild wirklich auf die Position, wo es sein soll. Was man noch beachten sollte, eine Trapezkorrektur ist bei dem Gerät leider nicht vorhanden. Deswegen ist es also wirklich wichtig, dass er an der richtigen Stelle hängt. Man kann jedoch auch den Winkel noch etwas einstellen. Also wer jetzt, wem das Lenshift immer noch nicht ausreicht und man will jetzt einfach mal hier für irgendeine besondere Situation das Bild noch höher haben und man hat es auf dem Tisch, so wie wir hier, dann kann man einfach hier unten an diesen Rädchen drehen. Also wie man es hier jetzt gerade sieht, den vorderen Fuß etwas rausschrauben und dadurch das Bild etwas, bekommt dadurch das Bild etwas höher. Wenn so ein Projektor dann an der Decke hängt, auf dem Tisch steht, im Heimkino, im Wohnzimmer, dann will man natürlich möglichst nichts davon hören. Ja, diese 4K E-Shift-Projektoren, die sind ja dafür bekannt, dass dieses Shift-Element doch etwas Lärm verursachen kann. Und auch bei dem Optoma UHD 51 kann man das definitiv hören. Er ist also nicht flüsterleise. Dennoch ist es erstaunlich, wie wenig Geräusche dieses E-Shift macht. Wir kennen das ja von anderen Projektoren, von BenQ zum Beispiel, der ja doch ein erhebliches Surren, ein wirklich lautes Brummen produziert hat. Der Optoma, ich gehe jetzt hier mal mit dem Mikrofon ran. Ja, wir sind hier mal ganz ruhig. Der hat diesen dumpfen Brummton auch. Ja, ich hoffe, man kann das auch hier gut über das Mikro hören, wenn man hier also ganz nah rangeht. Hier kommt die Luft raus, also hier entstehen auch wirklich die Geräusche. Hier sind die am stärksten und da bin ich jetzt mit dem Mikrofon hier ganz nah dran. Und dann kann man den schon hören. Und wenn ich mich jetzt hier ein bisschen entfernen davon, dann kann man es immer noch hören. Aber es ist wirklich so leise, dass ich es jetzt keinesfalls wirklich als störend bezeichnen würde. Also akzeptabel von mir, einen Daumen hoch. Der dürfte also auch in meinem Wohnzimmer an der Decke hängen. Bedient wird der Optoma mit einer neuen kompakten kleinen Fernbedienung, die wirklich gut in der Hand liegt. Die ist auch so ein angerauter Kunststoff. Also die rutscht auch nicht. Die ist eigentlich wirklich, macht einen total soliden Eindruck. Ist auch ein bisschen schwer. Macht einen guten Eindruck. Aber so ganz durchdacht ist sie leider nicht. Denn ich wünsche mir, wenn ich abends in meinem Heimkino mit dem Filmband schaue und ich will da hier schon noch schnell was einstellen, dann wünsche ich mir eigentlich eine hintergrundbeleuchtete Fernbedienung. Das ist sie nicht. Das heißt, keine beleuchteten Tasten. Und was hier auch wirklich selten doof ist, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also liebe Freunde bei Optoma, wenn ihr dieses Video seht, die Enter-Taste. Ihr könnt doch nicht ernsthaft, wenn man auf Enter drückt, einen Resync machen. Das heißt, drückt man auf Enter und es ist kein Menü eingeblendet, dann wird erstmal das Bild für 5 bis 10 Sekunden deaktiviert, weil der Projektor neu synkt. Ja, und dann dauert es halt, muss ich einfach diese 5 bis 10 Sekunden abwarten, bis mein Bild wieder da ist. Durch drücken der OK-Taste oder Enter-Taste. Also das ist wirklich ein Punkt, das dürfte Röck mal ein bisschen besser machen bei der nächsten Generation. Oder vielleicht per Update mal nachliefern, wäre ja auch mal eine Idee. Nichtsdestotrotz, in der Regel ist es ja so, man schaltet den Beamer an, er hängt dann oben an der Decke, es ist alles ideal eingestellt. Also braucht man die Fernbedienung nicht unbedingt. Das ist also der Idealfall. Also ist am Ende des Tages dieses Thema mit der Fernbedienung vielleicht auch gar nicht so wichtig. Tja, die richtigen Einstellungen, die gibt es von uns direkt mit dazu. Wer nämlich so ein Projektor bei uns kauft, der kriegt automatisch und kostenfrei von uns die Heimkino-Raum-Edition dazu. Das bedeutet, wir liefern schon die idealen Bildeinstellungen direkt mit. Und ganz konkret sind es hier verschiedene Einstellungen. Eine, die wichtigste natürlich zum Filme schauen, also kontrastoptimiert mit möglichst authentischen Farben. Dann gibt es eine Einstellung für helle Umgebung, wenn man also mal Fußball schauen will am Nachmittag oder hier die WM steht ja auch vor der Tür. Da muss man nicht unbedingt abdunkeln, man holt also hier so viel wie möglich an Licht raus. Und es gibt auch eine Gaming-Einstellung, um die Latenz, also die Signaleingangsverzögerung zu minimieren. Dann, wenn man sich dann das Bild anschaut, wenn der Projektor mal sauber eingestellt ist, dann haut es einen schier vom Hocker. Wir haben es hier wirklich mit einem 4K-Beamer zu tun, der eigentlich in einem ganz anderen Bereich reviert. Reviert? In einem ganz anderen Revier will dazu. Warum wollte ich es eigentlich sagen? Und zwar, wir haben den mal hier, haben mal einen Spaß gemacht und haben den mal verglichen mit einem Epson TV 7300, der bislang wirklich einer unserer absoluten Favoriten war, muss ich heute eigentlich sagen. Weil für 2700 Euro war das Ding bislang wirklich konkurrenzlos aus meiner Sicht. Jetzt kriegt man schon für 1700 Euro einen Beamer mit 18 Gigabits Signalverarbeitung, mit einem ganz ähnlichen Kontrast wie der 7300er, mit noch mehr Schärfe, mit noch mehr Detailauflösung durch dieses Vierfach-E-Shift. Und ich habe sogar eine noch bessere Zwischenbildberechnung in 2K, also für Full HD, und habe sogar eine Zwischenbildberechnung in 4K. Also, wenn ich mir dieses Gesamtpaket anschaue, dann, Halleluja, hat Optoma hier wirklich ein riesen, riesen Clou gelandet mit dem UHD 51. Was mir persönlich auch gut gefällt, ist die Art und Weise, wie sich der neue Optoma bedienen lässt. Weil in der Vergangenheit war das immer so ein, vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, dass die Optoma, da musste man mit der Fernbedienung irgendwie genauer zielen, die Menüs waren langsam. Das hat sich jetzt komplett geändert. Auch die ganze Struktur, die Menüstruktur, die Benutzerführung ist hier neu und verbessert worden. Und man kann hier wirklich super schnell durch die ganzen Bildeinstellungen navigieren. Man hat hier, wenn man auf Home drückt, eine neue Oberfläche im Hintergrund, eine neue Benutzeroberfläche. Hier kann man dann eben schnell mal die Quellen auswählen, kann die Einstellungen vom Projektor ändern. Leider noch nicht streamen. Also man hat ja keine Möglichkeit per USB zum Beispiel Fotos anzuspeisen oder Videos abzuspielen oder auch über das Netzwerk. Solche Dinge sind noch nicht möglich. Da brauchten also weiterhin externe Geräte, aber das Menü lässt eigentlich schon vermuten, wohin die Reise vielleicht geht. Also das gefällt mir gut. Einfach, dass die ganze Bedienung sehr, sehr flüssig vonstatten geht und nicht mehr so hakelt, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Was wirklich zählt, ist natürlich die Bildqualität. Und die ist, naja, überraschend gut, darf man nicht sagen. Man hat ja doch schon sehr hohe Erwartungen gehabt. Wenn man sich hier mal eine Szene anschaut aus Casino Royale, unsere beliebte Szene, die wir gerne zum Vergleich immer hinzuziehen. Der Projektor ist jetzt hier eingestellt in unserer Heimkinderraumetischen. Da haben wir also schon einiges rauskitzeln können. Ja, dann sehen wir, er liefert einfach einen Wahnsinnskontrast. Wir haben ein tiefes Bild, authentische Hauttöne und vor allen Dingen arbeitet die Zwischenbildberechnung auch sehr gut. Also die arbeitet hier ja fast artefaktfrei. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, wie man die dosiert. Wenn man sie zu hoch dosiert, dann steigt sie ganz gern mal aus. Aber in der mittleren Einstellung funktioniert sie wirklich richtig, richtig gut in 2K und, das werden wir später auch noch sehen, in 4K genauso gut. Also das macht hier schon viel Spaß. Man hat ein ruhiges, ein flüssiges Bild. Hier an der Stelle sei auch noch bemerkt, der Regenbogeneffekt ist auch relativ stark zu vernachlässigen. Ich bin da eher ein empfindlicher Mensch. Ich kann ihn auch sehen, ja, kann ich wahrnehmen. Gerade wenn man sich auch andere Dinge anschaut, wie Star Wars zum Beispiel, die sehr hoch im Kontrast sind. Aber stört mich jetzt wirklich überhaupt nicht. Ist also jetzt nicht stark da, nicht störend präsent. Beim Sternenhimmel von Star Wars, da sieht man, ja, der Schwarzwert, der könnte noch ein bisschen besser sein. Der ist wirklich gut, ist absolut brauchbar. Man kann jetzt also nicht sagen, er hat hier einen schlechten Schwarzwert. Aber da würde ich sagen, kann man noch ansetzen, um noch was zu verbessern. Ansonsten leuchten die Sterne wirklich schön hell. Man sieht auch, wie schön unterschiedlich hell die leuchten, wie differenziert das Bild hier in diesem Sternenhimmel ist. Und man sieht auch wirklich alle Sterne. Die sind auch scharf. Also im Großen und Ganzen wirklich auch ein super Bild, wenn es mal richtig dunkel wird. Also auch für dunkle Serien, dunkle Spielfilme super geeignet. Der hat einen tollen Kontrast. Mit dem kleinen Hinweis in puncto Schwarzwert. Da kann man vielleicht noch optimieren. Da kommt aber vielleicht noch was von uns. Ein Zusatz, mit dem man den Projektor unter Umständen noch tunen kann. Da sind wir mal gespannt. Wenn sowas kommt, kann man es natürlich auch jederzeit nachrüsten, wer so ein Projektor dann bei uns gekauft hat. Tja, und jetzt kommen wir mal zur Königsdisziplin, würde ich sagen. Und zwar zu 4K HDR. Und auch da würde ich jetzt mal was Schwierigeres nehmen. Auch wenn es nicht in 4K gemastert ist. Wir sehen uns jetzt mal eine Szene aus Valerian an. Valerian hat nämlich sehr, sehr viele dunkle Anteile. Und hier sieht man mal, wie plastisch dieser Projektor hier aussieht bei so einem Bild. Wie tief man hier wirklich in den Film eintaucht. Wie unglaublich dynamisch auch das Bild ist. Und hier fällt auch dieses, naja, ich möchte mal sagen, dieses leichte Defizit im Schwarz kaum noch auf. Man hat hier wirklich eine unglaubliche Bildplastizität. Und gepaart eben mit dieser Zwischenbildberechnung haben wir ein tolles, flüssiges, knackscharfes Bild mit einem wahnsinns Kontrast, mit einer tollen Tiefe. Also da muss sich wahrscheinlich die Konkurrenz ganz schön, ganz schön warm anziehen. Hätte ich nicht gedacht, was dieser doch sehr preiswerte Projektor mit 1700 Euro hier an Bildperformance liefert. Also HDR macht er wirklich extrem gut. Wissen wir von Optoma. Die anderen Optoma Geräte machen das ja auch schon wirklich erstklassig. Aber eben mit dieser Zwischenbildberechnung hat man einfach diese unvergleichliche Bildruhe. Und das macht schon, macht wirklich richtig, richtig Laune. Wer 4K zu Hause erleben möchte auf einer richtig schönen großen Leinwand für unter 2000 Euro, der ist mit dem Optoma UHD51 wirklich bestens bedient. Für 1699 Euro bekommt man also einen schönen, kompakten, leisen Beamer mit einer hohen Helligkeit von 2400 Ansilumen. Mit einer langen Lebensdauer der Lampe, nämlich bis zu 15.000 Stunden, verspricht Optoma hier. Mit voller 4K-Kompatibilität, also bis zu 18 Gigabit können hier übertragen werden. Und das Ganze noch gepaart eben mit einer grandiosen Zwischenbildberechnung, die in 2K schon super funktioniert, aber eben auch bei 4K-Zuspielungen noch aktiv ist. Und so kommt man in den Genuss von schönen, ruhigen Kameraschwenks zu unglaublich plastischen und realistischen Fußballbildern. Wenn man sich also hier so ein Fußballspiel anschaut, ganz egal ob Ultra HD oder nur Full HD, habe ich einfach einen schönen Ball, der fliegt, kein Geschmiere mehr, kein Ruckeln mehr. Also so, wie man sich das vorstellt. Und als Zuckerl obendrauf gibt es auch noch 3D, was für viele ja besonders interessant ist, wenn man hier mit einer Projektion arbeitet, mit einer Lahnwand arbeitet, ist 3D nochmal ein ganz anderes Erlebnis verglichen mit einem Fernseher. Den UHD 51 gibt es ab sofort bei uns exklusiv in der Heimkinoraum Edition. Natürlich im Heimkinoraum vor Ort, da kann man sich den mal in Ruhe anschauen, auch vergleichen mit anderen Herstellern wie zum Beispiel Epson, Sony, JVC und natürlich auch andere Geräte von Optoma und Beamer von LG. Online ist er natürlich auch erhältlich unter unten stehendem Link. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, bitte gleich hier unten liken, bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal, macht es gut, ciao, auf Wiedersehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.